Wir kommen zu meiner Top 10 Spieleliste. Platz Nummer 10 Super Mario Galaxy 2 Platz Nummer 9 The Legend of Zelda Majora's Mask Platz Nummer 8 Banjo-Tui Richtig gutes Spiel. Platz Nummer 7 Super Mario Sunshine It's me Mario Platz Nummer 6 Star Fox Adventures von Rare Platz Nummer 5 Ein Strategiespiel von Nintendo Pikmin 2 Hammer geiles Spiel Jetzt kommt der Meilenstein von Super Mario 64 Meilenstein von 1996-97 Wirklich geiles Spiel. Schon tausendmal durchgespielt. Okay Platz Nummer 3 Welches ist es? Es ist The Legend of Zelda The Wind Waker Mein zweit liebstes Zelda Wirklich geiles Spiel So Das ist wirklich der Oberhammer Die Grafik ist der Hammer von diesen Zelda Zelda So heißt es The Legend of Zelda Twilight Princess Geil Ich liebe es Und jetzt kommt wahrscheinlich die riesen Überraschung für einige Spiel Es ist Platz Nummer 1 Mein aller aller liebsten Spiel von Nintendo ist Donkey Kong 64 Ich liebe es So das war meine Top 10 Spiele Liste Das sind alle wirklich geil diese Spiele Ja Und jedes Spiel werde ich jetzt noch zocken Also dann